hallo liebe eltern liebe kinder wir haben dieses jahr für die ferienaktionen urlaubszeit eine sogenannte schnitzaktion für euch vorbereitet beziehungsweise ihr müsst auch was tun ihr könnt dann auch was gewinnen und zwar schaut es folgendermaßen aus ihr könnt mit eurem messer was ihr zu hause habt sowas basteln oder schnitzen papa hilft vielleicht auch noch mit und diese exponate bringt ihr bei uns durch es läuft ab sofort bis einschließlich fünfte neunte sämtliche sache wo bei uns vorbei gebracht werden werden dann auch anschließend müsst ihr uns ein bisschen zeit lassen im schaufenster dekoriert dann kommt der name drauf und das alter und wenn alle abgegeben werden die die sachen werden das ausgelost und dann gibt es drei hauptpreise zu gewinnen also macht bitte mit schnitzt fleißig zu hause und bringt sie vorbei ihr könnt ihr jederzeit wenn ihr fertig habt die sache vorbeibringen kein problem wir sammeln das dann bis zum fünften neunte und dann lasst uns ein bisschen zeit dass wir das dann hier schön dekorieren könnt mit eurem name und im alter wie schon gesagt noch mal und wir geben einem weiteren videofilm dann bekannt wann die verlosung ist und dann ziehen wir da die hauptpreise und bitte wenn es vorbei kommt noch die adresse kommt vollständig drauf schreiben mit telefonnummer und so dass das nicht vergisst dass man euch erreichen kann sonst wird es ja natürlich auch schlecht also macht fleißig mit schnitzt was seid kreativ und dann wünsche ich euch viel spaß tschüss